So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bodewon und ging um da die Fähre rüber zu nehmen auf die Luftflocken. Wir haben gerade eine Herde Rentiere entdeckt. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bodewon und ich bin jetzt auf dem Weg nach Bodewon. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bodewon. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Guten Morgen. Ich bin heute Nacht gegen 3.30 Uhr auf den Lofoten angekommen. Ich habe mir erstmal kurz einen Endplatz gesucht, dann habe ich da geschlafen und heute werde ich die Lofoten ein bisschen erkundigen, ein bisschen rumfahren und da stehen bleiben, wo es mir gerade gefällt. Und werde mich dann ein bisschen hier umgucken. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018